Ich bin wieder unter mir, wieder unter mir. Es fühlt sich an, wie bei Angecamp 1 als Monte reingefahren ist mit seinem Lambo. Sind wir da? Baller League, live aus Köln. Spieltag Nummer, eine Sekunde. Spieltag Nummer 3 mit dabei heute. Verstärkung habe ich mitgebracht, Spendi. Was geht? Und mit dabei natürlich noch Peter. Moin Moin. Schön, ey wir haben hier auch einen sympathischen Kameramann. Sag nochmal Hallo, wenn du magst. Hi. Dein Name ist? Kenny. Bei Adam noch da hinten einmal winken. Darf man dich sehen? Nee, gell? Darf man dich sehen? Ich dränge mich halt bei so Produktionen, die ich für andere mache. Nicht in den Vordergrund. Aber nach drei Sekunden zeigt sich bei jedem Stream dann, dass ich das doch mache. Komm wir gehen rein, weil hier passiert nicht viel. Hier ist der Parkplatz. Hier parken die ganzen Asozialen. Kontra K. Felix Lobrecht. Alle Assis halt treffen sich hier dann meistens auch nach den ersten zwei Spieltagen, wo wir schon verloren haben. Weil hier ist so der Treffpunkt, wo man sich dachte, komm hier wird sich noch unterhalten über die Niederlage. Hier ist die Halle. Also es ist wirklich hier eine Motor World. Es sieht nicht klein aus, aber wenn wir das gleich drinnen sehen, wie das ist nicht klein. Nee, nee. Das ist echt nicht klein. Da ist eigentlich so hier, man sieht ja, ein Battle Card ist ja, findet hier immer statt. Das ist echt nicht klein. Und wir bewegen uns gerade übrigens zum Eingang zur Motor World, wo alles stattfindet. Da können wir gerne auch noch ein paar Autos anschauen, die sich niemand von uns leisten kann. Außer ihr habt einen Creator Code in Fortnite, der gut läuft. Dann könnt ihr euch halt auch mal einen giftgrünen Lamborghini kaufen. Peter, für dich habe ich schon das erste Auto gefunden und gesehen. Willst du raten welches? Den Urus? Farid Bang seiner. Ja, ich dachte jetzt eher bei dir so an den Jahres. Und hier ist der Eingang und hier sieht es noch gar nicht nach Fußball aus. Wir sind hier mittendrin in der Verkaufshalle oder in der Ausstellungshalle von den Autos. Und wenn ihr hier schaut, hier würde wirklich der ein oder andere YouTuber schwach werden. Ich sage euch eins. Das ist wirklich die Endstation aller Fortnite YouTuber. Wenn du hier reinschaust, es gibt wirklich nicht einen Fortnite YouTuber, der sagen würde, hier ist nichts für mich dabei. Hier angefangen von diesem lila Lamborghini mit gelbem. Da hat Marcel letztes Mal gesagt, dass er den richtig brutal geil findet. Chat, jetzt brauche ich euch. Ehrliche Meinung. Hand aufs Herz. Ist es ein Lamborghini? Also ich traue es mich nicht auszusprechen, weil halt der Präsident, der von Gunnergy Allstars ja einfährt. Und ich habe jetzt so schon nicht das beste Verhältnis mit ihm. Ich sage euch eins. Ein Lamborghini. Für das Geld ist es nicht. Also ich habe mir den hier angeschaut zum Beispiel. Der ist auch... Ne, der ist blau und der kostet 310.000 Euro. Also ihr wisst gar nicht, wie viele Skins hier auf vier Rädern steht. Also falls mein Creator Code noch aktiv ist. Mercedes CL 500 für den blauen Lamborghini. Hier nochmal der Wagen von der Seite. Brutal. Ehrlich. Das ist das letzte, was ich sehe, bevor das Finanzamt das Ding pfändet, weil ich schon wieder nicht Steuern gezahlt habe. Also das ist wirklich... Das ist schon auf einem anderen Level. Für Monte ist es gar nichts. Den lässt es kalt. Ne, Digi. Übrigens hier auch wichtig nochmal für alle. Hier ist nochmal ein Restaurant. Hier wird öfters mal am Eck noch gewapet. Zehn Minuten vor Spielbeginn, wenn sich noch eine Pasta bestellt wird. Da sitzt meistens einer mit Jogginghose, Balenciaga Hoodie, Cap nach vorne und Tattoos im Gesicht. Und den Vape, den trifft man hier dann meistens noch an. Und jetzt auch, dass man von hier oben mal sieht, was hier abgeht bei der Motor World, falls noch niemand von euch da war. Seht ihr das Ding, was da unten steht in Rot? Das Ding kostet doch bestimmt allein zwei Millionen. Ich will auch gar nicht wissen, was ein Formel-1-Auto hier kostet. Aber es ist einfach ein F40, ja. Das sind aber Privateigentümer, ne? Das sind ja so Garagen, die du hier mieten kannst. Also es ist nochmal krasser sogar, als wenn man sagt, okay, das gehört irgendwie so einem Unternehmen. Ja, ja. Das ist einfach so Leute, die zu viel Geld haben mit Sportautos, mieten sich hier einfach den Schnellplatz über den Winter. Dann parkt das Auto einfach hier drin und kann nicht einstauben. Beziehungsweise es staubt leicht ein, aber überkrass. Und die ganzen Autos stehen hier und der ist auch krass legendär, der Mercedes. Ich bin mir gar nicht sicher, das könnte schon fast der letzte Wagen gewesen sein, in dem Schumacher gefahren ist, oder? In seiner Karriere. Das ist so der Wagen, da fährst du, du stehst an der Ampel in Köln, guckst links neben dir, auf einmal sitzt Dehner in dem Ding. Ich wüsste, da sehe ich Dehner drin. Das ist wirklich Felix von der Laden noch an der Seite dick stehen. Ich habe Dehner seinen Wagen gesehen, der hat ja recht, wie heißt der, Wiesmann, völlig eingestaubt. Dehner, falls du das siehst, er wird es niemals sehen. Was ist da los? Also nur für dich als Erinnerung, du besitzt doch ein Auto in Köln. Jetzt haben wir den Eingang vor uns, schon zur Baller League, das heißt nur für euch, wir kamen gerade rein. Rechts ging es zur Motor World, zu den Ausstellungen, zu den Autos und links geht es zur Baller League und hier wurde gekauft ein Maserati MC20. Und jetzt sind wir schon in der Halle der Baller League. Hier finden in Köln alle Spieltage statt und alles, was ihr seht, ist wirklich krass, wird abgebaut nach dem Spieltag und wieder zum Spieltag aufgebaut. Mich fasziniert sowas, weil ich finde es wahnsinnig anstrengend, aber hier schon die erste Tribüne, da können wir auch kurz hochgehen, finde ich, da haben wir einen besseren Überblick. Das heißt, du kannst hier unten sitzen, wobei ich sagen muss, die Sitzplätze hier unten mit dem Netz vorein ist okay, aber ich glaube, die guten Sitzplätze, wo du dir denkst, ah komm, das bockt, die sind hier oben. Also hier haben wir schon mal einmal, auch dass ihr die Technik seht, eine Kamera. Hier, erste Reihe Sitzplatz, hast du die beste Sicht, Kelly, komm kurz neben mich. Einfach nur, dass die Leute quasi deine Augenperspektive haben. Hier sitzt du oben, hast unten direkt schönes Tor, hast da hinten das Tor und beobachtest alles ganz gut. Zu deiner linken Seite, da stehen nachher die Trainer, direkt am Eingang in der Mitte mit den Auswechselspielern. Da hinten sind noch die Sitze, ich weiß nicht, wer von euch den Draft Day verfolgt hat. Da saßen die Spieler beim Draft Day. Zur rechten Seite passiert eigentlich recht wenig. Da ist, da gehen wir nachher nochmal genau ins Detail, da ist Technik, da sitzt Robby Hunge und kommentiert. Ansonsten ist da nicht so viel. Rechts oben ist so diese VIP Loge, da ist wahnsinnig viel los, da gibt es Essen, Getränke. Dann ein bisschen links daneben, Time2Ball unten drunter, wo die Coach ist, da finden Interviews statt. Da ist Tabak da und interviewt die Leute, wenn er nicht auf dem Feld ist. Weiter oben ist die Presidents-Boof, war ich noch nie drin. Dahinter noch ein Bildschirm und wo es nachher ganz wichtig wird, wo ihr auch wahrscheinlich schon Marcel und mich gesehen habt, ist die Managers-Boof. Da gehen wir auch nachher nochmal exakt jede Boof durch. Einfach nur, dass ihr wisst, wo welcher Streamer sitzt, weil jeder Streamer hat seine feste Boof. Oh, sorry. Hier sitzt Robby Hunge und kommentiert den ganzen Spieltag. Und wenn man sich überlegt, das erste Spiel ist ja jetzt bei uns immer um 18 Uhr, Gunnergy All-Star. Und ich glaube, das letzte Spiel ist Anpfiff um 23.10 Uhr. Also Robby sitzt hier bis nach 0 Uhr und kommentiert sich einen weg. Vor allem, er kennt ja auch die ganzen Namen von den Spielern. So, das sind ja auch Spieler, die haben vielleicht eine Ausbildung genossen, muss man auch noch kurz erklären. Bei einem Verein wie Bayer Leverkusen, Dortmund und so weiter und so fort. Aber das sind ja nicht Spieler, die du wirklich jetzt auf dem Schirm hast. Ich meine, Robby Hunge kommentiert ja auch Champions League zum Teil. Aber hier sitzt er und gibt Vollgas und deswegen größten Respekt an Robby Hunge. Richtig geil. Ein schöner Ball hier. Soll ich mal einen anfordern? Warte, ich hole mal einen Ball schnell. Hier steht die Mannschaft. Hier ist Niklas, unser Torwart. Mit dem Überblick sieht ein Feldspieler. Frecher Pass. Okay, komm. Ja, ich war noch nicht mal ready. Komm. Komm noch mal. Komm noch mal. Ich habe eine Klebe. Peter, zeig mal, was 120 Kilo auf dem rechten Fuß ausmachen können. Komm. Digga, okay. Oh mein Gott. Bruder, warum hat der denn so einen Bums? Wenn wir jetzt hier durch die Tür gehen, sind wir im Aufwärmraum, den sich alle Mannschaften teilen. Hier macht sich jede Mannschaft warm kurz vor dem Spiel. Komm rein. Hier haben wir alles. Wenn du dich warm rudern möchtest, warum auch immer du dich warm rudern solltest. Ich glaube, Rücken braucht man jetzt nicht unbedingt beim Fußballspielen. Das brauchen nur manche Leute, wenn die auf den Deutschrapper treffen. Hier haben wir Fahrräder. Hier sehe ich viele Leute. Bänder, Black Rolls. Hier kannst du dich nochmal dehnen. Da hinten nochmal mehr Fahrräder. Wir haben Kugeln große. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Das kenne ich nur aus der Schulklasse noch. Falls jemand Rückenprobleme hat, der hat ja immer so ein Ding hinbekommen. Aber hier hast du alles auch fürs Gleichgewicht. Peter, jetzt zeig mal. Also wenn irgendwas passiert, tut mir leid. Ja, easy. Ja, warte, ist nicht gerade. Guck mal, jetzt. Ja, zeig mal. Oh, 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 oh. Oh mein, oh, 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 oh. Ja, easy. Oh mein Gott, Peter, du hast gebrochen. Warte. Du bist der Skater, du musst es machen. Ach du Scheiße, der fliegt. Bruder, wie stehst du da? Wer bist du? Michael Jackson? Okay, der fliegt, der fliegt, der fliegt. Oh Gott. Ja, Angeber, es gibt immer einen, der so angeben muss. Das ist unangenehm. Durch diesen Flur ist nicht nur die Stimme von Sandro, unserem Trainer, schon durchgeflossen, sondern auch von Marcel. Hier ist der Moment, wo sich die Mannschaft zusammenfindet, umzieht, Motivation findet, Sandro nochmal die richtigen Worte sucht und dann geht es raus aufs Feld. Und nach den ersten Spieltagen war das bis jetzt so, nach dem ersten Spieltag, war das auch der Moment, wo auch Marcel dann zu der Mannschaft reinkommt und sagt, Jungs, was ist schief gelaufen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah nee, unsere Umkleidung ist noch nicht ready, grüß dich. Da sind die Trikots unserer Spieler, von unserer Mannschaft, den ziehe ich hier raus. Unseren Orkan mit der Nummer 7, unser Cristiano. Orkan, ein sehr guter Mann, hat bis jetzt jedes Mal Überstunden hier gemacht bei der Border League. Und genau so, nein, nein, genau so ist es. Du kommst hier nachher hoch, wenn es losgeht, die Treppen, da stehen die Jungs so da von der Security, original so. Und wenn du so läufst und angenommen, das ist jetzt einfach so, das Band ist so, dann wird der mich sofort aufhalten mit dem Arm nach draußen. Ey, ey, Junge, Mann! Du fliechst jetzt erstmal aus der kompletten Stadt raus. Ich muss mich entschuldigen. So läuft es nachher, ehrlich. Gut gemacht, Adam. Wirklich ein guter Schauspieler. Hier ist der wichtigste Bereich, ja. Das ist der Bereich, in dem fühlen sich Leute wie Spendi und Peter wie zu Hause. Kommen wir zum größten Bereich neben dem Spielfeld bei der Border League, hier in Köln in der Mortal World. Herzlich willkommen im VIP-Bereich. Hier ist die Getränkeausgabe, die Essensausgabe hier. Hier gibt es jedes Mal frisches und warmes Essen. Jedes Mal. Hier haben wir auch schon Gönnergy im Kühlschrank. Es ist alles Mögliche da. Wir haben Sitzmöglichkeiten. Wir haben Stehmöglichkeiten. Du kannst hier den ganzen Abend, ich meine so viel trinken und so viel essen, wie du willst. Peter, wir haben dich gemessen, bevor du hier angekommen bist. Es waren 100... Nix, 100. Ich wieg unter 100. Es waren 98, ja. Ich bleib jetzt hier. Und am Ende holst du mich einfach hier wieder ab, wenn ihr fertig seid. Ist das dein Ernst? Ja, warum nicht? Okay, Bruder. Ey, hier an diesem Tisch, Max Hand of Blood. Okay? Der streamt immer, das ist immer fest, streamt hier aus dieser Kabine raus. Auf der rechten Seite, Max Trimax. Heute nicht. Du willst mir nicht erzählen, dass Max neben uns, gegenüber von uns ist. Ey, warum setzt ihr die Leute, die uns auf den Sack gehen, immer... Erst habt ihr Jens neben uns hingesetzt, der uns übel auf den Sack geht. Jetzt sitzt da Max. Super. Hier wird heute Teezy sitzen. Sonst saß hier Trimax. Sorry für die Fehlinformationen. Aber auch geil, guckt es euch an. Die haben hier einen Bildschirm hochkant für den Chat. Hier siehst du, was abgeht. Hier weiß ich gar nicht. Hier kannst du, glaube ich, noch Fortnite währenddessen zocken. Aber Hauptstream, Chat, Stream Deck, Tastatur, Maus, die haben hier alles aufgebaut, ne? Zwei Mics, schöne Headsets. Also die Baller League. Big Shoutout nochmal. Ist so krass, nicht nur, dass die halt das ganze Feld aufbauen. Ich glaube auch die Sitzplätze. Ne, die hauen hier auch die Setups hin. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist gut gemacht. Kenny und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Stock. Der Stock der Asozialen. Ich weiß, das Wort ist schon wirklich oft gefallen, aber hier war genau vor einer Woche eine Shisha-Bar. Als Max Kruse, ich bin mir nicht sicher, mit seiner Freundin hier drin saß und ich wundere mich drüben noch mit Spenny und Marcel, was stinkt hier so fürchterlich. Und irgendwann, ich habe so den Riecher, ne? Kein Kommentar zu meiner Nase. Ich habe so den Riecher. Und ich habe diese selbst anzündende Shisha-Kohle wahrgenommen. Als ich 16 war, ich kenne die noch, die zündest du unten mit dem Feuerzeug an, bis die irgendwann mal knistert. Und die war bei denen schon lang über fertig geknistert, ne? Hier stand eine Shisha, hier noch eine E-Shisha, so alles drum und dran, wirklich. Also hier stand jetzt Hollywood United, Max Kruse und Jens-Heinz-Richard Knossala. Heute Trimax, hier auch mit dem Logo im Hintergrund, auch geil für den Stream. Kommen wir zu meiner Booth. Hoffentlich nicht heute das letzte Mal. Falls es so sein sollte, freue ich mich, dass ich den Moment mit euch da draußen teile und mit dir auch Kenny. Und mit Spenny und mit Peter, mit meinen guten Freunden. Ich heiße euch herzlich willkommen mit einer Tür. Ganz wichtig, wir haben den Luxus mit einer Tür. Ich heiße euch herzlich willkommen in der Booth von Gönnergy Allstars. Hier ist die finnische Sauna. Hier sind jetzt schon, Kenny, wenn du es, ich brauche deine Kommentare, wie warm ist es hier? Äh, Sauna auf jeden Fall, ja. Es ist hier so heiß und du hast, du musst dir vorstellen, du hast hier diesen Typ neben dir, mit schlechter Laune, am Vapen, am Furzen, weil er noch drüben im Restaurant sich Pasta reingezogen hat. Das kannst du dir nicht ausmalen. Aber hier sind wir, auch wie man erkennen kann. Das kommt gleich. Ist gleich da. Ja, Gönnergy Allstar und Gönnergy generell steht für Natur, für Nähe, für Natürlichkeit. Deswegen, möchte jemand von euch ein? Auf euch, Chat. Ja. Hier sitzen wir. Auch nochmal einen recht geilen Blick auf das Spielfeld und auf das Geschehen runter. Von der Akustik her muss man wirklich sagen, ist es hier schon gut gedämmt. Aber hier kannst du nochmal richtig geil das Spiel live verfolgen. Natürlich auch auf deinem Bildschirm, logisch. Oder du schaust einfach runter. Während du kommentierst, bringt das dir natürlich jetzt nicht viel. Logisch. Hier kommentieren wir die nächsten Montage. Natürlich sind wir nicht immer jeden Montag da. Aber wichtig nochmal für euch, auch für die, die jetzt frisch einschalten und sich denken, okay, was ist die Border League überhaupt? Die Border League findet jeden Montag statt. Es gibt insgesamt, meine ich, elf Spieltage mit einem großen Finale. Die ersten vier Teams spielen dann nochmal, glaube ich, an einem anderen Ort. Tragen die das Ganze aus, bis ein Gewinner. Fest steht der Border League. Es haben viele Leute im Team. Hand of Blood. Trimax. Jens. Marcel und ich. Die TC Schubechs, die leider auf Platz eins, glaube ich, sich befinden mit den Zimbos. Podolski hat ein Team mit Alisha Lehmann. Also wirklich viele Leute haben ein Team. Und das ist eigentlich echt ein geiles Konzept, weil du hast hier einen Torwart und fünf Feldspieler. Du hast drei Auswechselspieler, du hast noch zwei Wildcards mitnehmen. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch einen Homie oder wenn jemand aus dem Chat sagt, ich bin ein begnadeter Kicker, den kann ich mitnehmen. Der schreibt mir auf Instagram, ey, ich bin Fußballer. Ich helfe euch jetzt mal, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Wir wollen auch mal mit kleinen Schritten anfangen. Damit gebe ich mich ja auch schon zufrieden. Da kann man die Leute einfach eintragen und dann sind die da. Also selbst wenn Marcel jetzt gute Kontakte hat zu Ballack und sagt, ey, Michael, komm mal für den Montag, fahr mal ein auf im Mittelfeld. Ballack könnte kommen. Das muss ja auch ein episches Gefühl sein, wenn du hier drin sitzt als Hand of Blood und da kommt einfach mal ein Fußball, weißt du? Kommt einfach mal ein Fußball und klatscht dagegen, ey. Da musst du dich ja auch wahnsinnig erschrecken und mit dem Kopf auch wegzucken, ne? Auch krasse Kamera, findest du nicht? Falls sich jemand fragt, mit welcher Kamera ich meine Hauptvideos drehe, es ist genau die hier. Und warte mal, film die mal von vorne, die hat schon einen Ball abbekommen. Ja, das muss einer von uns gewesen sein, weil in den letzten Spieltagen haben wir nicht so viel aufs Tor geschossen. Ja, das war ein Spieler von uns. Hier ist der Bereich, den wir vorher gesehen haben, von gegenüber von oben. Hier saß ich noch nicht einmal. Warum wohl? Warum wohl? Kurz zur Erklärung, hier große Fernseher, klar für den Chat. Hier nochmal alle Trikots von den Teams. Hier haben wir Hollywood United. Das ist das Team von Jens und Max Kruse. Hartstack Royal, Max. Hier haben wir Las Ligas Ladies. Mein Lieblingsteam vom Namen her. Beton Berlin. Alter, wie krass willst du dich nennen als Kontra-Car und Felix Lobrecht? Also hier, der Alternativname für Beton Berlin wäre Schlagring gewesen. Marcel wahrscheinlich auch gerade noch auf der Autobahn Road Rage. So, das dritte Mal in der Fahrt, schon wieder kurz vor Blitzer, hätte die App nicht gesagt, dass man langsam fahren muss. Aber hier finden auch noch Interviews statt. Hier sehen wir auch noch irgendwelche Notizen. Zum Beispiel Countdown. Ja, hier sind die ganzen Pläne, ne? Da will ich jetzt auch nicht zu viel rumblättern, weil es auch nicht mir gehört. Gehört sich nicht. Aber hier lässt sich leben. Natürlich nicht während dem Spiel, weil wer während dem Spiel hier sitzt und ein bisschen am Kommentieren ist, der hat nur Angst vor Gott. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aufs Feld. Die Kinder dürfen spielen. Deswegen seid ihr ja auch hier. Adam, so ein Macher nur für euch. Er sagt einfach, ey, wir können euch einen Punktestand auch einblenden. Ja, ich habe auch vorgeschlagen Comic-Sense. Okay, erster Versuch. Ich habe den ersten Versuch. Der zählt. Drei Versuche habe ich, ja. Spendi, kurze Wette. Trifft Sascha einen, ja oder nein? Nein? Spendi sagt nein, ich sage auch nein. Sascha. Kenny, du hast einen guten Job bis hierhin gemacht. Sag einmal, du hast den nicht drauf gehabt, ehrlich. Oh, oh, oh. Ey, warum könnt ihr alles so hoch schießen? Ey, Peter, mach jetzt mal. Zeig mal, zeig mal die Latte. Zeig mal die Latte. Zufall? Ich glaube nicht. Irgendwie. Es ist nicht Pfosten schießen. Du dachtest auch, dass wir Pfosten schießen müssen, oder? Jetzt ist Adam der Letzte und danach geht es wieder von vorne los und dann bin ich wieder dran. Adam, noch irgendwelche Worte? Es ist nicht schlimm, wenn man den Ball langsam reinschießt. Wir machen Latten schießen von hier. Da habe ich mehr auf die Technik geachtet als auf die Anleitung. Deswegen seid ihr so schlecht. Verstehe. Entschuldigung. Ja, jetzt ist kein Problem, Adam. Ach so. Ich nehme die ganze Zeit. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Ich habe da so eine Lupftechnik aus der Tschechischen Republik mal gelernt. Da waren wir mal im Urlaub und ich habe mit Straßenkindern Fußball gespielt und ich habe gedacht, hey, das ist doch hier auch wie Straße. Nee, 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 mach es nicht. Oh, aber schon besser. Jetzt geht die Musik los. Oh, stark, Spinnen. Es war nicht mein Ball. Ich habe es gesagt, es war nicht mein Ball. Ich mache jetzt die Taktik von Adam und die wird klappen. Spitze. Könnt ihr abschalten. Twitch. Hier könnt ihr Werbung einfügen. Ja. Hast du drauf gehabt, Kenny? Wenn nicht, auch nicht schlimm. War das traurig. Adam, was machst du diesmal anders? Erzähl uns ein bisschen was. Ja, jetzt nach der Regelumänderung, die in meinem Kopf stattgefunden hat, bin ich mir echt nicht sicher, ob ich überhaupt irgendwie, also Fasten wäre schon nice. Das sehe ich schon als Erfolg an. Es ist ja hammerschwierig. Im Internet sieht das ja immer alles so klein aus. Aber das ist ja hier, bei mir in Frankfurt sind das drei Haltebahnenstellen. Gut, Adam, viel Glück. Interessante Taktik auch. Du läufst einfach wirklich in einer geraden Linie auf den Ball zu, ne? Ronaldo ist da was, du bist was Großem auf der Spur. Hast du natürlich recht. Ja, schon besser, Adam. Ey, pass aber auf deine Reeboks auf, ne? Auf deine Schuhe. Also auch wirklich, ich finde auch deine Technik interessant, weil jedes Mal nachdem du geschossen hast, machst du so eine komische Bewegung. Du gehst so ein bisschen wie in die Hocke. Ich hoffe, es kommt irgendwie ansatzweise rüber, dass ich mich wenigstens bemüht habe. Kommt, 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 kommt. Mach dir keine Sorgen, Adam. Kann ich dir kurz das Mike geben, weil es ist mein dritter Versuch hier. Dritter und auch der letzte Versuch. Dritter und letzter, ja. Ja, da hatte die Regie natürlich mit der Punktetafel nicht so viel zu tun, weil sie konsequent auf Null geblieben ist. Mal gucken, ob sich das jetzt hier im letzten Ablauf nochmal ändert. Der schießt komplett nach links. Deswegen hab ich gesagt, er soll so einen An aufnehmen. Oh! 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 Wahnsinn! Glückwunsch! Wie gut! Oh! Habt ihr das gesehen, Chad? Ganz knapp. Ey, bei dir übel knappe Nummer. Ja, komm. Ja, komm. Ja, schön. Back to back. Du hast gesagt, es war knapp. Wir haben das hier so erlebt, als wenn er getroffen hat. Er hat getroffen, aber es hat ja oben überkrass gestriffen, ne? Also er ist oben kurz aufgedippt. Dann geb ich jetzt an die Regie, dass wir diesen einen Punkt, der da oben jetzt ganz eingeblendet ist bei Spendi, dass wir den wieder abziehen. Warum? Oder? Nee, nee, das zählt. Es zählt trotzdem, achso. Ich kenn ja eure Regeln. Adam, du bist mir sehr sympathisch. Adam, du bist mir wirklich sehr sympathisch. Oh! Da haben wir einen Flitzer auf dem Spielfeld. Warte. Nein, nein, nein. Ball kann mitgehen. Ball kann mitgehen. Wir haben noch. Ja. Ja, normalerweise kümmern sich da unsere Securities drum. Natürlich ist es hier noch voreintritt, das heißt noch keine Securities da. Sonst wäre das Ganze höchst professionell von der Securities in Form von einer Blutkretsche gelöst. Ein Ball zur Erklärung hat man es gesehen. Wurde gerade von einem kleinen Kind geklaut. Chat, nochmal alle Augen auf Adam. Das ist... Oh, der war aber schon mal höher. Okay. Hat er einfach geschossen. Ich dachte, du hast mich vergessen. Und dann dachte ich, ich mache einfach im Hintergrund. Und dann habe ich so Kameramann über unsere Regielattung mitgeteilt. Also er kann es ja so im Hintergrund mit einfangen. Das wäre alles, was ich wollte. Ich wollte dich nochmal episch ankündigen für den Letzten. Latten schießen, hat Spendi gewonnen. Leider. Ich glaube, als nächstes können wir... Chat, was für eine Challenge wünscht ihr euch denn noch? Ich hätte im Angebot, dass wir quasi von drüben einfach nur aufs andere Tor schießen. Wobei das vielleicht auch ein bisschen leicht wäre für alle, außer für Adam. Nichts gegen dich, Adam, ne? Oh. Guck mal, dann kann es ihm passen. Ja. Und, und, und. Oh. Let's go. Tor. Let's go. Hier schon die Nachwuchsspieler von Gunnergy Allstars. Äh, unschwer zu erkennen. Einfach nur an dem unfassbaren Skill. Wieso die Nachwuchsspieler von Gunnergy Allstars? Der hat doch getroffen. Oh. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ihr werdet... Heute wird richtig... Heute wird richtig... Heute wird richtig... Heute wird richtig... Ich bin wirklich auf eurer Seite. Ich bin komplett... So sitze ich dann da die ganze Zeit. Die Aufgabe wird sein, dass wir von hier aufs Tor schießen, ohne dass er aufkommt. Adam, da sehe ich dich ganz vorne. Du bist der heimliche Favorit. Ich habe gerade auch ein bisschen den Chat flüstern gefragt. Wer wird es gewinnen? Drei Versuche. Wir schießen aufs Tor gegenüber. Der Ball kommt erst auf... Der Ball darf gar nicht aufkommen. Also wieder so eine Weitschussgeschichte. Ich hätte angeboten, dass ich den Ball so lange hochhalte, bis ich im Tor angekommen bin. Ich dachte, sowas wäre das. Oh, da muss er richtig kräftig schießen. Das ist besser für dich hochhalten? Das ist realistischer, ja. Was denn? Nein. Du meinst jonglier. Ja, ja. Jonglier mal. Oh, was machst du denn mit dem Ball in der Hand? Nein. Ein Startpunkt. Oh nein. Oh nein. Okay, Adam. Mach auf deinen Stil. Mach auf deine Art. Okay, Adam. Fang an. Halt hoch. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Oh. Eieieiei. Warte. Was macht denn Karate-Kids hier? Was war das denn? Okay, Spendi halt du hoch. Komm, sag mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. So, in der Zeit können wir noch mal rüber gehen zum Motor World und einfach noch mal ein paar Autos gucken und wenn wir wiederkommen, wird Spendi immer noch dabei sein, den Ball zu jonglieren. Peter, komm du. Peter, mach du mal. Zeig mir das was. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das war's. Und jetzt komm ich. Ich bin, ich bin, ich glaub ich bin da nicht schlecht, okay? Ich glaub ich kann das. Okay, der war unten. So, das Tor ist frei. Wir nehmen euch noch mal mit. Challenge Nummer zwei. Wir schießen jetzt von hier hinten. Wirklich Torwartperspektive. Aufs Tor, der Ball darf nicht aufkommen. Ich bin Erster. Soll ich Erster sein? Jetzt. Rein damit. Ja. Oh, schade. Das wird schwer. Das wird sehr schwer, weil der Ball hat fast oben das Licht geküsst. Ich bin dann noch gespannt, vielleicht schafft es einer. Ich glaub, wenn man mehr Kraft hat, dann geht das. Das muss doch möglich sein, oder? Okay, Spendi. Der erste Versuch. Der erste von dreien. Oh mein Gott. Eieieiei. Eieiei. Alter, durch die Technik, durch. Der hat fast ein Licht mitgenommen. Robby Hunke, unser Kommentator. Ey, du hast meinen größten Respekt, weil ich hab schon vor... Wir sind vor euch rumgegangen und haben gesagt, ey, du kennst ja wirklich... Klar, Leute, die in der Champions League spielen, kennst du die Namen. Aber hier sind ja wirklich Fußballer. Die haben vielleicht mal in der Jugend eine Ausbildung gehabt. Ich bin jetzt ein bisschen weiter oben, aber du kennst die Namen mittlerweile. Also die Vorbereitung auf die Border League, das war das Geisteskrankeste, was ich jemals in meinem Leben gemacht hab. Ich bin ganz oft im Internet falsch abgebogen. Irgendwann hab ich mir Tore aus der siebten kroatischen Liga reingezogen von irgendjemandem und dachte immer, oh, das ist der Mann mit der Nummer vier von Mannschaft XY. Das war irre. Peter, sein erster Versuch. Ey, nunfalls nehmen die Licht mit. Oh, sag mal, wo schießen die alle hin? Oh, in das Setup, rein hinten schön in die Couch, Doppelpass. Nee, nee, Adam. Jetzt, jetzt. Ey, Adam, nochmal ein paar letzte Worte. Ja, so weit Schüsse sind überhaupt nicht meins und es tut mir leid, dass ich euch damit jetzt gerade aufhalte im Chat. Okay. Adam, guter Anlauf. Vorbereitung ist hier das A und O. Achtung, kleines Kind mit Mom. Adam, schieß noch nicht. Mensch. Okay. Oh. Adam geht danach immer so. Schatz, seht ihr das, wie Adam schießt? Adam, du machst immer so danach. Ich glaub, der nimmt die Vision von dem Ball schon an. Oh. Warte mal, warte mal. Die lachen alle mich aus, aber jeder Schuss ist noch schieber. Ich hab irgendwie beim Abschuss blinzeln müssen. Ich dachte, das Ding fliegt Richtung Tor. Komm, Spendi. Hau einen raus jetzt. Spendi, das ist dein Ball. Ja, ey, wir sind so scheiße. Wir sind richtig Müll. Ja, guter. Nee, 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 Chat. Das war unrealistisch. Warum bin ich in meinem VOD? Komm, ey, wir lassen es, oder? Chat, wollen wir es lassen? Nee, Adam hat noch einen. Adam hat noch einen. Doch, 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 doch. Adam hat noch einen. Den hab ich, den hab ich. Guck dir den Trick an. Ey, nee, nee, nee. Lass dir was ohne Ball machen. Okay, Adam. Dein letzter Versuch. Aufs Tor. Oh, oh. Adam, du sollst nicht mit der Picke schießen. Oh, ich hätte die Nägel schneiden sollen. Oh, der ist nicht zu lang. Aber jetzt war zu lang. Also jetzt dafür war es zu lang. Oh, 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 oh. Oh, der ist drin. Schönes Tor aber, schönes Tor. Ah, der war noch vor der Linie auf dem Boden. Scheiße. Challenge Nummer zwei war absolut nichts für uns. Ich glaube, dass das Thema für mich gut aussieht. Gehe ich ins Eins gegen Eins gegen den kleinen Jungen? Nee, wir brauchen den nächsten Vorschlag. Was wollt ihr noch sehen? Elf Meter. Okay, wir machen den Elfer. Spendi, das ist Moritz. Auch nochmal für dich, Adam. Moritz ist unser unparteiischer Torwart fürs Elfmeterschießen. Das sind jetzt nicht ganz Elfmeter. Du musst jetzt hier gleich einfach nur den ruhenden Ball durch den Torwart, also an dem Tor vorbei ins Tor schießen. Dein C zuliebe nicht mehr mit der Spitze. Ich versuche mit links. Wer möchte anfangen? Vielleicht kurz das schwere Steinpapier. Schnick, schnack, schnuck. Ja, Adam, du bist Eins. Schnick, schnack, schnuck. Oh. Ja, ja. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, 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 schnack. Schnick, schnack, schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack, schnack. Ja, ich bin Nummer zwei. Erster Elfmeterversuch von Adam. Alter. Jetzt ist auch links kaputt. Warte, okay, das ist mein erster Versuch. Wenn der Ball nur Richtung Tor geht, passt alles. Also das Tor ist, glaube ich, würde ich mal einschätzen, dass es ungefähr von einem Pfosten zu einem anderen Pfosten so ungefähr acht Meter ist, okay? Und du entscheidest dich wirklich für die Mitte. Ehrlich, dann könnte ich schon wieder kotzen. Ja, okay. Ey, wir sind wirklich so scheiße alle? Komm, Ball frei. Lass Moritz aber stehen, ja? Der hat morgen Schule. Ja. Und das ist halt, das ist Peter seine ganze Lebensphilosophie gewesen. Immer mit dem Kopf voraus, einfach durch die Wand. Ich schwör's dir, natürlich schieß er jetzt so stark. So, zweiter Versuch, Adam gegen Moritz. Schöner. Oh, jei, 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 jei. Ey, Moritz, für dich, wenn Adam schießt, kannst du auch gerne die Fanta holen gehen, ne? Ist kein Problem. Aber, aber komisch, bei dir hält er, ne? So viel zum Thema ist nicht parteiisch. Es reicht, ich will nichts lesen. Ich will nichts lesen. Ich schieß nur noch flach. Moritz ist doch 1,50 groß. Warum hält der die Dinger? Ja. 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 Ja, platziert flach. Die Taktik ist flach, aber auch mit bisschen Schmackes dahinter. Ja? Digga, Moritz hat morgen Schule, du schießt ihm noch die Milchzähne raus. Sagt mir eine Ecke. Links unten, links unten. Links unten. Ja. Ui, oh mein Gott, den hat der Moritz. Deswegen ist unsere Einser, Alter, stark, man. Wichtig, damit wir noch im Rennen sind. Stark, Junge. Adam? Dein letzter Versuch, noch irgendwelche Worte? Ja, ich versuch wieder auf Spitze jetzt. Hast du noch einen Fußballsong spontan für uns und für den Chat? Ja, warte, gib mir 10 Sekunden. Über Brücke, über Brücke. Fußball-Lieder sind wichtig, generell Hymnen. Jedes Team, jedes größere Team in der Bundesliga hat eine Hymne. Deswegen kennt man auch einige. Sascha wollte spontan von mir ein... Achso, man muss das ja singen, ne? Ja klar. Sascha wollte von mir spontan ein Lied, aber hier ist alles ernst, das ist die Boller League. Der war nicht schlecht. Ich dachte einer, der ja schon existiert, aber den nehme ich auch. War gut. Zieh gleich mit Peter. Du bist nur ein Junge mit einem Traum, Adam. Nichts kann dich aufhalten. Oh, knapp. Knapp aber. Und? Oh. Chat. Wer hat an mich geglaubt, Junge? Das ist der Moment. Wer hat an mich geglaubt? Moritz, keine Chance. Da bin ich mit der 1 dabei. Der geht so drüber, ne? Juhu. Alter, und ich weiß ja, der nimmt das Studio auseinander. Oben die Lichter, hinten die Spendys zum letzten Mal da. Du könntest auf 2 gehen, dann ist es vorbei. Wenn du nicht triffst, Peter, dann haben wir ein Stechen. Das steht 1-1 zwischen Peter und mir. Hey Moritz, denkt dran, der Typ hat einen Bumms, ja? Das ist ein Italiener, der spielt mit dreckigen Karten. Oh. Und, willkommen zum Stechen. Lass Moritz stehen, Peter, ja? Der haut so drauf. Schön. Okay, das bringe ich nach Hause. Und das ist Kava. Und das nenne ich Kava. Wo bleibt der Typ? Ist der Adler? Ist der freie Adler? Oder was ist denn das? Oh, in die Kamera. Ich hab das Ding für uns nach Hause gebracht, gegen Peter. Und jetzt kommt ein schöner Moment. Kenny gibt mir alles. Sein ganzes Setup, Kenny schießt ein. Eigentlich müssten wir so ein Kamerakind haben. Oh. Ey, ich bin hier der rasende Reporter auf dem Spielfeld. Wenn ein Tor fällt, ich will das nicht. Ich renne so runter. Chat, Achtung, Augen zu, falls Leuten schlecht wird. Ich bin so mit der Kameraführung nachher auf dem Spielfeld. Wenn der Torwart hält, dann gibt es ein Interview. Wie hast du den gehalten? Deine? Gar nicht. Perfekt, danke dir. Ey, Kenny, schöner Versuch. Danke, danke. Wie fühlst du dich danach? Erleichtert. Adam, wo sind die zwei anderen? Hey. Grüß dich, Junge. Tschüss wieder. Hey, grüß dich, hi. Wir sind im Stream. Du kannst Hallo sagen auch an die Leute, wenn du mal bist. Hallo zusammen. Wie gehts dir? Bei mir alles top. Wir spielen heute gegeneinander. Ja? Erstes Spiel, 18 Uhr. Dann weißt du, was bevorsteht, ne? Ja, wir werden heute das erste Mal. Wir holen unsere ersten drei Punkte. Ja? Du klopfst immer so einmal auf die Schulter, auch schon beim letzten Mal. Du musst immer prüfen, die Leute, ob die stabil sind. Was sagst du bei mir? Ja, das kann ich sehen lassen. Ey, wir haben auch mit Adam gemeinsam uns was überlegt. Adam, grüß dich. Hi. Wir tauchen jetzt in deine Welt ein. Nicht nur autotechnisch. Ich bin mir sicher, dass da hinten so drei Autos von dir stehen. Haben wir vorher schon angeschaut. Ja, ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr. Ach so. Ach so. Ich habe gerade alle hier hintereinander hergebracht. Von Kran aus hier hin. Wenn du Bock hast, ein bisschen Fußball zu spielen, wir würden ins klassische 1 gegen 1 gehen, ein bisschen verteidigen, ein bisschen angreifen, ohne jetzt natürlich, dass wir uns verletzen. in jeder Zeit kommen. Okay, komm. Okay, chat. 1 gegen 1 mit Poldi. Legende. Fußballer. Aber ich glaube, Poldi kennt mich fußballtechnisch noch nicht. Okay, der schießt nicht zum ersten Mal. Ja, die Boiler League ist offen für alle. Partypieler. Wenn ihr Bock habt, einfach vorbeikommen. Einfach mitkicken. Direkt rein da. Ja, der kleine Junge. Überragender Spieler. Er ist bissig. Er bleibt da. Er bleibt dir einfach am meinen. Weißt du? Unfassbarer. Den brauchen wir. Unfassbar. Ich überlege mir, welche Karriere hat er vor sich. Wird dann Flitzer sein, der immer unaufgefordert Tore macht? Oder wird es die 1. Liga? Aber Poldi, absolute Legende. Guckt ihn euch nochmal an. Wirklich. Cool. Riecht auch wahnsinnig gut. Und da hinten der Tourist da. Guckt ihn euch an. Marcel sieht aus wie ein Sechsklässler. Warum mit seinem Rucksack? Da hinten läuft er. Der läuft raus. Wollen wir hinterher? Komm. Komm, wir gehen mal hinterher. So, wo ist er? Boah. Unfassbar geiles Auto, Digga. Boah. Was ist das für ein Notjet? Äh, Ferrari. Äh, F30. Ah ne, Digga. F40. Daher stimmt. Unfassbar. Brutal geiles Teil, Digga. Ich hab so schwitzige Hände. Was geht? Ja, was geht, mein Süßes? Komm her. Super. Hier ist der letzte Platz und wir nehmen aber heute drei Punkte mit, weil unsere Mannschaft, Gunnergy Allstars hat trainiert. Ey, warst du vorher schon bei den Lamborghini-Typen drin? Ja, schon dreimal oder so. Mit Stream? Ne, mit Stream nicht, nein. Wieso? Ich hab vorher mit Stream gefragt, er hat mich nicht reingelassen. Also, mit Stream würde ich auch nicht reingehen, ne? Ach so. Aber ich begutäugel hier gerade in F40, Digga. Ey, wir lassen dich auch mal in Ruhe machen. Ja, easy. Ja, easy. Wir sehen gleich. Hier auch nochmal, für alle, die eingeschaltet haben, hier hat unser Livestream vor zweieinhalb Stunden begonnen. Nachher, wenn die Coaches hier alle sind, das ist ein Treffen von nur noch Luxusautos. Beim Draft Day, hier standen AMGs, hier standen Bentleys, alles mögliche stand hier rum. Das ist wirklich krass. Da merkt man auch mal wieder, dass die Border League genau die richtigen Leute an Land gezogen hat. Bei mir Geschäftswagen. Das ist nicht privat. Ganz wichtig, dass ich das nochmal hervorbehebe. Als ich privat fahre, ich hab nur Geschäftswagen. Ich fahr gar nicht privat. Okay. Privates Leben hab ich gar nicht. Hast du ein privates Leben? Ja. Du? Äh, ja. Adam, hast du Privatleben? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz? Ja, ab und zu. Von dem kriegt man aber meistens nichts mit, weil ich dann keine Storys mache. Weißt du? Das ist dann so richtig Quality-Time. Ich mach das dann immer mit so Premium-Services, wie zum Beispiel, ich mach keine Storys, ich filme nicht und so weiter. Ach, Chat. Ich glaub, wir sprechen jetzt noch einmal kurz einen Coach. Wir suchen noch Henno, nochmal einmal von Präsident zu Vizepräsident. Wir gucken da noch einmal rein, wie die Stimmung sein wird. Aber wie soll die Stimmung sein bei jemandem, der mehr als null Punkte hat? Peter ist die krasse Sache. Sag mal, wie sitzt du denn da? Ey, darf man dich im Stream sehen? Ey, du bist ja wie Harry Potter unter der Treppe gefühlt. Überwach halt die LED-Warn. Mehr mach ich nicht. Ach, das ist... Zeig mal, was so dein Main-Drücker ist und so. Auch für den Stream. Erstmal dein Name. Grüß dich, mein Bester. Der Fabian bin ich. Fabian? Ne, das heißt einfach, wenn es gleich losgeht, drücke ich hier einen Knopf und dann passiert nichts. Jetzt aber. Und dann sieht man halt einen Spieler oder irgendwelche Sachen, die halt kommen. Alles, was auf der LED-Warn passiert halt hier drinnen. Ey, krass. Und dann hast du einen Kopfhörer drinnen und Leute sagen jetzt so und so oder wie? Ne, normal kommen die Kollegen die Anweisungen über das Pult. Mehr passiert nicht. Ah, du kannst hier sogar eine Ansage reindrücken? Ja, du kannst dann mit den ganzen Leuten reden, je nachdem. Darf ich mal was reinsagen? Einmal ganz kurz. Mit dem Ton reden, mit dem Bild oder mit der Produktion sogar? Ich glaube, ich rede mit der Produktion. Wenn du dich traust. Ja, ja, klar. Sehr verehrte Fluggäste, ich begrüße Sie recht herzlich zum Euro-Wings-Flight EW7402 von Stuttgart nach Berlin. Ladies and Gentlemen, we would like to welcome you on board on this Euro-Wings-Flight EW7402 from Stuttgart to Berlin. Ey, ja, und wir hauen schnell ab, Fabian. Ich sage Wiederschau und Reingau. Viel Spaß noch, danke. Das Gute ist, ich bin heute auch das letzte Mal da. Let's go. Da war noch schön mit dem Handy hängen geblieben, hoffentlich hat man es noch auf dem Mic gehört. So, und da siehst du mal, wie man belügt werden kann. Hey, Max. Alles gut. Oh, das war schwierig. Komm, machen wir nochmal. Du hast aber auch so eine krasse Hand. Der war besser. Der war gut. Wurdest du jetzt hier verpflichtet? Ja, ich wurde eingestellt. Das ist mein Praktikum heute. Das ist mein erster Arbeitstag. Merk mal, du hast dir eine gute Location ausgesucht. Hier ist viel Platz. Ja, stimmt. Ja, wollen wir woanders hin? Wie geht's dir? Ja, gut. War gestern ja hier bei der Gurkensause. Da ging es auch heiß her. Und jetzt hier weiter durchziehen. Ich bin ehrlich, viel auch reisen und so. Schlauft ein bisschen. Aber ist ja alles geil. Das macht ja alles Bock. Vor allem, wenn du eigentlich so sagst, du willst so mainly streamen. Klar, hier kannst du streamen. Ja. Und dann doch wieder viel unterwegs. Ja, ja, ja. Finde ich zumindest. Und ich war gestern so, bei der Anreise habe ich auch drüber nachgedacht. Boah, ich glaube, das ist jetzt das erste Event, wo ich nicht beruflich bin. So als Influencer, sondern einfach nur so, um mir das mal anzuschauen. Ja, stimmt. Also, ich war ja immer voll isoliert in Spandau da mit meinem Idealismus. Und ich versuche das ja gerade ein bisschen aufzubrechen so, dass ich den Leuten wieder zeige, ey, bin ich mehr der Hände wie vor drei Jahren? So, ne? Das kommt auf mich zu und hier bin ich und so. Und da muss ich halt gerade dran arbeiten. Und deswegen war das mal ganz gut da auch. Boah, dafür habe ich aber auch ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt. Ja, aber muss ich aufarbeiten so, ne? Die Leute nehmen sich nicht her. Aber das kommt so gut durch. Eben hier beim Bildmischer oder so hast du dich einfach mal. Der muss doch seine Arbeit machen, Sascha. Hat der ja auch quasi. Ich habe ja praktisch gekommen. Willst du jetzt als nächstes hier reinrennen oder was? Ja, ich gehe jetzt hier gleich über die, ich gehe jetzt in der Beauty jetzt gleich in der Probe auch. So, ich sitze wieder daneben. Hey, ich bin live. Nein. Hast du noch aufbauende Worte für vielleicht auch Marcel? Nee, ihr macht es. Ihr macht es. Ich glaube an euch. Und irgendwann kommen die Punkte. Ich sage Dankeschön, Max. Nachher, Knabe, die Hand schwitzt so doll. Oh, kein Problem. Der war schön. Der war satt. Ey, bis später. Danke für deine Zeit. Danke fürs Haaren. Viel Spaß noch. Der war echt böse. Ey. Da läuft der. Ja. Schnell, ja. Wir gehen noch einmal hier vorbei. Und er sitzt noch da, noch nicht gekündigt. Stark. Weitermachen. Wenn du was zu essen brauchst, lass mich wissen, ja? Scheiße, hoffentlich hat er keinen Hunger die nächsten drei Stunden. Adam, ich freue mich auf dein Gedicht. Das ist ein ganz, ganz kurzes. Hat nur vier Zeilen. Und zwar Sascha. Du bist der Mann. Zwischen dem ist bei mir auf dem Parkplatz Punkte. Aber ich kann dich nicht als Mann nehmen. Deine Mannschaft hat null Punkte. Aber heute Abend, da wird man dann am Ende sagen, deine Mannschaft hat in letzter Minute gerettet. Und jedenfalls hoffe ich es, weil dann kriege ich eine Million, denn ich habe zehn Euro gewettet. Jetzt passt auf. Mein Team, okay? Halt es fest. Das sind die letzten Momente mit meiner Mannschaft. Guckt, wie sich die Jungs unter Kontrolle hat. Also hier, lieber Chad, sieht man. Sascha engagiert sich. Ist hier auf dem Feld. Trainiert zusammen mit den Spielern. Guckt ihr das an. Around the world. Wo ist Marcel? Die Frage ist, wo ist Marcel? Guck mal. Voller Einsatz mit einer Käppi. Guck ihn dir an. Der Trainer ist auch jetzt da. Schöner wird es nicht. Wir haben gerade auch unseren Trainer Sandro gesehen. Ich würde sagen, wir suchen jetzt Marcel auf. Wir gehen rüber zu Marcel in den Stream. Ich sage Danke. Ich danke dir. Danke auch, dass ich mitmachen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war übelgeil. Danke dir, Adam. Ehrlich. Ich sage Danke an Peter. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich sage Danke an Spendi. Danke dir. Und natürlich, Chad, lass maximale Liebe da für unseren Mann hinter der Kamera. Kenny. Geil. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für sowas können wir öfters machen. Wir haben noch viele Spieltage vor uns. Wir lassen die Jungs jetzt in Ruhe trainieren. So sehen Männer aus, die gewinnen wollen. Ich bedanke euch, dass ihr da wart. An alle, die gechattet haben, reingeschaut haben. Danke an die Mods. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kuss. Kuss. Jungs. Jungs. Ich bin jetzt über morte déjà. Das war's für distingust. Die zwei Mr. Bis zum nächsten Mal.